Hallo Thorn, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. So, dann sind wir jetzt im Audi A4 G-Tron und fahr jetzt ganz normal los. Ich würde jetzt total gerne mal tanken. Wir begeben uns jetzt mal zur nächsten Tankstelle. Dann zeigst du mir, wie das funktioniert. Gut, wir sind an der Tanksäule angekommen. Was muss ich tun? Ganz einfach. Wir haben hier einmal den ganz normalen Einfüllsturz für das Benzin und hier den Einfüllsturz für das Thema CMG. Und dann nimmst du einfach den Zapf an. Der sieht ja schon mal ganz normal aus oder fast genauso. Ich vermute, er gehört hier hin. Genau. Draufstecken? Ja. Ist fest. Ach und der rastet sogar automatisch ein. Ich muss quasi nicht mehr diese Nase hier festmachen. Genau, ganz einfach. Jetzt ist er fertig. Jetzt musst du einfach nur den kleinen Hebel da lösen. Genau. Das war alles. Das war alles. Ja. Das kann ich. Sehr einfach. Wunderbar. Gut. Dann mache ich wieder zu. Genau. Genau. Einmal drauf. Einmal zu. Aus. Ganz einfach. Sehr schön. Dann gehen wir zahlen und fahren wieder weiter. Tanken ist wunderbar. Ist halt wie man es gewohnt ist. Ja genau. Ganz einfach. Schnell. Und kostengünstig. Ja. Und kostengünstig. Und keine Umstellung. Ja. Wunderbar. Dann ist der Tank wieder voll. Wir können wieder ganz weit mit CNG fahren. Ja. Dann fahren wir wieder zurück zum Ausgangspunkt. Parken den Getron, den ich jetzt schweren Herzens wieder an dich abgeben muss, Torben. So, dann sind wir wieder angekommen an der technischen Entwicklung. Ist auch toll, dieses Konzept mal wirklich zu verstehen und es erklärt zu bekommen. Ja. Gerne. Dann wünsche ich dir alles Gute weiterhin. Ja, danke schön. Mit deinem Projekt, mit deiner Strategie. Ja. Und vielen Dank für die Zeit. Ja, gerne. Ja, gerne. Ja, gerne.